hey ich will ich heiße euch willkommen zu einer neuen runde ja und ja wir haben jetzt eine neue version ne ne kleine scharfe ja eine neue version ich freue mich schon oh gleich mal richtig schön ernten ja ich habe jetzt länger kein minecraft let's play immer gemacht und jetzt bin ich mal fair voll up to minecraft let's play ne so was habe ich denn jetzt hier sieht es aber das sieht mir doch ok ok ja dann hier klatsch klatsch hallo hallo ok zack zack und ein zack ok na gut naja ein creeper 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 ja jetzt auch level er springt mich an hier übeles power fighting hier oder wartet ihr wollt euch kämpfen ihr wollt kämpfen ihr könnt kämpfen ich hasse ich doch sowieso so immer noch so toll ja explodier doch ja du kannst du nicht explodieren ja wieso kannst du nicht explodieren wer bist du denn das ist ein schwein hallo creeper hallo creeper geh weg ich mag mal ein schwert ach ja schwein ist durch die bam gib mir auf die eier ok zack ich bin jetzt ganz schnell ein paar tausend abgegangen hallo 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 tja wahrscheinlich auch anfangen rum zu rennen genau das ist ein creeper ja wir sind es hier am laufen lol ich weiß auch gar nicht wie der reinkommen ist ach ja komm her ja komm jetzt her hallo Oh, bin ich im Haus. Was ist die Schwuchtel? Hä? Die folgt mir ja gar nicht. Schwuchtel. Hm. Ich geh mal schlafen. Ha? Willst du mich anlegen oder was? Oh Gott, ist der schlecht. Viel zu schlecht, ey. Voll minderwertig. Ne? Soll ich dich noch einmal mit mir anlegen? Ja? Komm doch her. Ja, ja. Komm doch her. Ja, ja, ja. Oha? Komm, ich boxe dich mit meiner Hand, ey. Was? Du Dreck-Schwuchtel. Der brotter sich gleich hinter mich, ne? Nein, nicht der Creeper. Wazur. Ja, komm doch her. Kack auch mal. Oh, ein bisschen Feuer, hä? Ja, ja. Okay. Hier unsere Willkommens. Nein, nein, nein. Diese kleine Ratte, ne? Oh, wie knapp das gerade war, ne? Boah. Ich hab mir gerade in die Hosen geschissen. Ich wollte echt nicht, dass sie mir jetzt hier alles wegballert. Na gut. Ich hab Kakao-Beans. Irgendwo hab ich die dann. Na gut. Tun wir die mal rein. Ah, wir können das jetzt stapeln, ne? Genial. Das rein. Oh Gott, das sind wir da voll durch. Hm. Schlimm. Ähm. Also ich frag jetzt auch mal nicht, wie der hier reingekommen ist, ne? Ähm. Einen Moment. So, wie sind wir da da, Leute? Mit einem zerstörten Haus. Haha. Ja. Ähm. Okay. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ah ja. Haha, Alan. Du hast heute die zerstörte Bude. Und ich so. Mhm. Ja. Leider. So. Erst mal hier alles rein. Ja, und Gunpowder. Hm. Seeds. Und Weed. Und Coal. Ich will Coal. Tun wir hier rein. Hier. Und hier. Und hier. Bam. Okay. Was brauchen wir dann neu? So, die einschmelzen, in Anführungszeichen. Die Flints da rein. Cool. Die können wir eigentlich gleich belassen, da. Wo sie jetzt ist. Dann holen wir die Cooked Porkchop da wieder raus. Hauen wir das Iron Ore rein. Oh Mann. Jep. 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 Gucken wir mal. Dann machen wir hier sowas. Und hier. Zack. Dann machen wir das Bett. Neu. Sattel haben wir hier. Die Map hatte ich schon kurz was. Ah, okay. So. Ja, dann holen wir mal hier das ganze. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich weiß nicht mehr, was da war. Dann nehmen wir mal die Swords hier rein. Die Stone X tauschen wir mal mit den Swords aus. Okay, da haben wir noch alles. Okay, mal ich. Dann die Steps da rein. Jep. Was hab ich da denn drin? Steine. Und hier sind Stacks von Dingen. Ja. Sand 16. Da haben wir Iron Neues. Iron, Iron, Iron. Hier. Und ich bin eigentlich immer noch so allgemein am überlegen, so was wir als nächstes machen können. So ein Gesicht hat da meine Brude weggehauen. Kann das eigentlich sein, dass die irgendwie so einfach zu leicht hochkommen? Kann das sein? Kann das sein? Kleinen Ratten. Tja, man mag schon mal eine Treppe wegspringen. Kannst du aber nicht, weil ich es hier nicht... Ich erlaube es dir nicht, du Sau. So. Also während ich drüben will noch das Ding zumachen. Und dann müsste hier noch irgendwo sowas sein. Doch, wir haben noch Holz. Ich dachte schon, wir haben keine Holz mehr. Achso, ja. So. Und dann so. Ähm, was wollte ich jetzt hier mit dem Holz? Da. Genau. Ein Bettchen. Okay. Die Torches wieder da hin. Ähm, neue Torches machen. Oh Mann. Ich hasse es, wenn man so einzelne Stücke hat. Ähm, frage mich nicht, wieso, aber daraus mache ich mir jetzt eine Steinschaufel, äh, eine Holzschaufel. Und aus dem Rest mache ich mir jetzt zack und zack. Genau, die drei Kohle habe ich dann noch. Und dann mache ich mir hier noch... Drei Kohle, drei Dinger. Ah, so. So. So, 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 so. Nein. Dann habe ich mir die Sticks noch dazu. Sozusagen. Ja, genau. Dann gehe ich mal hier ein bisschen raus. Und gucke, ob es da neue Ernten gibt. Oh, neue Ernte. Oh, neue Ernte. Ja, dann ersetzen. Genau. Kurz kratzen. Kreuz, kreuz, kreuz. Und weiter geht's. Des Fußes. Ja. Mhm. Okay. Ähm, heute werde ich mich da mal mit einer neuen Sache beschäftigen. Einfach so random mäßig. Da habe ich ja noch ein Bucket drin. Ich denke mal, ich werde mir so einen Brunnen irgendwo hin machen. Oder ich werde mir so eine neue Fläche machen, wo ich dann so ein bisschen was bauen werde oder so. Mal überlegen, ne? Ja. Ja. Okay, jetzt gucken wir erstmal, wo er so ne... Ah, ich war ja sowieso noch dabei, ne? So, vorwiegen Monsterfalle und so. Genau. Weed. Und... Rottenflash. Das können wir gleich mal erfuttern. Ham, 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 ham. Also vergiftet. Alles klar. Perfekt. Genau. Schöpfergifte geht's wieder ans Werk. In unsere untere Rundhöhle. Ja. Miss, die Creeper. Muss doch nicht sein, oder? Muss doch nicht sein. Oh, man. Was für ein ätzendes Pack, diese Creeper. Ja, toll, ne? Hat der sonst das voll hier weggebombt. Scheiß drauf, Sand ist hier eh genug. Sand gibt's hier eh genug. Dann hier Gravel. Und dann darf ich nochmal schnell Holztreppe holen. Gut, dass ich das hier so auf Vorrat hab. So, ha, Holztreppe. Hm. Guck, hier ist mal was. Darf ich nämlich auch Holztreppen, aber egal. Okay. Mhm. Mhm. So wie's vorher war. So, und jetzt hab ich da ne gute Idee irgendwie. Da die ja die ganze Zeit da stressen. Okay. Öffne dich. Wie jetzt? Das ist wie verarschen. Hm. Irgendwie. Ah, hier hab ich noch Cocktail. Cocktail. Perfekt. Ich mach ein neues Weed. Wieder mal. Ich mach ein neues Weed. Zack. Okay. Mhm, 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 mhm. Ein bisschen so rennen-mäßig. Okay, das hier wieder einlagern. Weed rein. Und den brauch ich nämlich jetzt. Den tu ich nämlich jetzt verarbeiten hier. Und zwar. Ganz easy. Pop. So, jetzt nerv ich mich noch mal Creeper. Jetzt nerv ich noch mal. Okay. Gut. Da ich das jetzt hab, kann ich ja jetzt hier weitermachen. Äh, geht die Sonne schon wieder unter? Ja, die Sonne ist heute ganz witziger. Ja. Ja, tu ich jetzt ganz witziger. Hauen, 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 hauen. Ja. Boah, das sind immer diese Arbeiten. Genau, da kann man nichts mehr dazu sagen. Da fällt einem da einfach nichts mehr ein. So würde ich es uns sagen, ne? Hm. Aber ich mach einfach weiter in meine Arbeit. Jetzt guck ich mal kurz. Wie tief bin ich denn hier schon? Bei 16 muss ich rein. Okay, also noch nicht. Hopp. Irgendwie kommt mir so vor, ist ja der Stein hier dunkler. Geil. Ah, okay, mal gucken. So, von wegen Holztreppe. Natürlich haben wir keine Holztreppe im Moment. Ja, prima. Dann platziere ich hier mal so ein bisschen Koppelstone. Hier habe ich eh zu viel. So. Bum, bum, bum. Guck mal, wie die mich jetzt am Arsch lecken können. Ach, egal. Upsala, leck. Mhm. Aber dann gehen wir jetzt hier rein. Und dann gucke ich hier mal rein, was ich so von Holztreppen habe. Okay. Das war ziemlich so schwer zu. Du kannst mir gar nichts mäßig in die Hand. Tja. Zombie. Was wirst du tun? Okay. Perfekt. Und hier in den Seiten. Okay. Und weiter geht's in den Seiten. Okay. Austauschen. Und den Glowstone einsetzen. So, weil wegen Baum. Perfekt. Gucken wir mal hier. Glowstone durch Fackel ersetzen. Gammelhöhle. Hallo. Okay. So, Hand ist ein bisschen taub. Aber das macht ja nichts. So. Billig-Höhle. Komplett erkundet und ausgeleuchtet. Was ist da rum? Da rum ist noch was Billiges. Ja, whatever. Hier ist so eine Mystery-Mystery-Sound. Ja, wundern wir, wenn das jetzt zu einer größeren Höhle geführt hätte. Ich will ja nochmal ein Diamant. Okay, so. Dann gucke ich mal hier. Dass ich das hier so hinkriege. So, von wegen weibigen Baum. Ähm. Genau. Dann das hier austauschen. Dann wieder das hier austauschen. Aber dann machen wir gleich so. Genial. Gleich noch einen. Gut. Zeig. Dann hier so eine Luft, oder was? Na, verdammt. Oh Gott, fehlt. So, damit es trotzdem simetrisch ist. Gott, was ist das denn? Loch geht zu. Da haben wir ja gar keine stössigen Sachen mehr. Ja. Trotzdem hier noch das abbauen. Und wieder hoch. Achso. Ja, lass ihn wieder rein. Lass ihn wieder da rein. Und eins essen. Da ist er wieder, aha, vier. Und wieder hoch. Oh, fail. Okay. So, wir gehen jetzt wieder hoch. Das gute Tageslicht. Das brauche, schöne, schöne Tageslicht. Du hast du voll ins Gesicht, die dreckst du dich an. Ja, naja. Ja. Du mich auch, ey. Du. Okay, kommenter. Boah. Fail, oder? Gib mir bloß das in den Augen. Du. Okay, dann hier die Kiste. Und uns. Oh, wir haben ordentlich Mushroom. Okay, ich denke mal, es wird uns eigentlich nie an Food mangeln, so. Genau, da wollen wir weitergehen. Platzieren. Blöde Ratte. Na gut. Mal überlegen. Okay. Ja. Ich will jetzt meine Bursche jetzt zerstören. So. Ich bin gestört. Ja, komm doch her. So, warte, jetzt verfalte ich den hier noch kurz. Okay, jetzt muss ich doch kämpfen. Ja, du explodierst du mal da. Oh, fail, du hast mich nicht getroffen. Okay, jetzt gucke ich mal, was die zur Ernte zerstört haben. Das habe ich jetzt perfekt gemacht, ne? Gleich nochmal selber draufgetreten. Na gut. Der Mond geht auch langsam wieder unter. Ach, whatever. Ich weiß, das kann ich so richtig so. Also, Leute. Wer jetzt dieses Let's Play sieht, der sagt mir jetzt bitte, was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll, ja? Schreibt es in die Kommentare. Aber ich schaffe bezweifelt, dass sich jemand das Let's Play bis zu dieser Stelle angekuckt hat. Aber, was soll ich das Zeug tun? Wurde so ein bisschen planlos, so. Im Allgemeinen, so. Da hat mir noch ein bisschen Fleisch gegeben. Rotz das Fleisch. Der macht mir jetzt schon wieder meine ganze Kacke kaputt hier. Ja, danke, danke. Danke, einfach nur danke für die Zerstörung all meinen Sachen. Ich bin dir dankbar. Na gut, jetzt sieht mal nochmal kurz, sieht's aus? Sieht mal sieht's aus, genau. Ich sehe ein paar Samen. Irgendwie komisch, aber egal. Sie haben halt mal ein paar Samen. Und dann gehe ich ins Bett. Ihr schaut das ja, ich weiß nicht, wann ihr das anschaut. Ich mache die Let's Play ist ja immer kurz, bevor ich ins Bett gehe. So, vom Zeigentlichen her, das war mal so. Und ja. Bam. Jetzt habe ich, glaube ich, alles vor. Ah ja. Genau, verbrennt jeder mal da. Schön. So wie sich das gehört für euch. Gut, dann hier erstmal wieder alles einlagern. Dann haben wir den Weed Sticks. Indirekt. Flint. Geh wieder rein. Und dann hier. Hier. Okay. So Leute. Ich denke, das war's heute für heute mal. Und ich verabschiede mich mit diesem Let's Play. See you.